Die Spätere Abend ist der Lieber, die Gäste. Meine Herren, Sie sind schon im Aufbruch? Ich wollte Sie eigentlich noch sprechen. Die Befehle des Führers über die Zerstörung aller zivilen Einrichtungen... Bedauere, mein Lieber, aber ich muss fort. Besuchen Sie mich doch bei Gelegenheit in Hohen München. Ich begebe mich jetzt mit meinem Stapel in den Norden des Reiches, um von dort aus den Kampf um Berlin zu unterstützen. Ein, zwei Führerwohnungen, bitte einmal verabschieden Sie uns da. Herr Normand, Herr Minister. Es wird noch gesprochen. Ich verbinde. Es wird noch gesprochen. Oh, mein Lieber. Es wird noch geschlossen. 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 Es wird noch geschlossen.